Das kann ich mir anderthalb Stunden am Stück, würde ich mir das geben. Freunde, hallo und herzlich willkommen hier auf FlipFloid auf dem absoluten Lieblingskanal, wenn es darum geht, von Chillimanns genialer Musikmacherei zu profitieren. Richtig, das sind wir. Deshalb heute Singfluencer Nummer 6. Und dieser Stream, Freunde, wird euch präsentiert von den Freunden der Familie, nämlich Shelby Cobra noch aus dem letzten Mal mit rübergeswappt. Hierhin Halo Fanboy und natürlich Bene711. Vielen lieben Dank und ganz viel Liebe geht raus an euch, Freunde. Let's gooo, Chillimann. Ich muss pipi, 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 ich muss pipi, pipi, ich muss pipi, pipi, ich muss pipi. Muss er jetzt pipi, oder muss er pipi? Das wird garantiert, das wird so ein Malle-Ding, oder? Das kann durchaus sein. Das könnte aber auch so ein armes Scatman-Ding werden. Smart. Ja, starke Fahrer. Das war's. Ah, pipi, 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 pipi. Heute ist abspritz, abspritz Day. Da, 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 da. Da, 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 und wir spritzen, ah, ha, am Abspritz-Tag. Was zum Fick? Oh, lol, so eine Nummer macht der draus. Okay. Ha, 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 ha! Na, da, 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 da Sehr fantastisch. Okay, einfach mal die Dropkick Murphys hier reingeballert. Das kann ich mir anderthalb Stunden am Stück, würde ich mir das geben, ey. Aber dann wirklich mit Circle Pit. Der war fantastisch, der Song. Das war im Stile von Dropkick Murphys. Und ich sag euch ehrlich, ich würde mit einem Humpen in der Hand auf den Tisch tanzen bei dem Song. Auf jeden Fall. Rein in den nächsten. Als Streamer mal was Falsches sagt. Was heißt, was Falsches? Nee, dann passieren schlimme Dinge. Aber wenn man als Streamer mal etwas Spezielles sagt, dann kann das passieren, dass da draußen ein Lied wird, ja? Gut. Nun, ich sag zum Glück nie komische Sachen. Drei Wochen später. Danke für eure Subs, dafür kauf ich mir Schnaps. Danke, liebe Ottos, eure Subs, das sind keine Schrottos. Die sind toll, die sind toll, die machen mir das Portemonnaie voll. Und von den Chaps, kann ich mir Schnaps, 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 Schnaps. Let's go. Danke für eure Subs, dafür kauf ich mir Schnaps. Danke, liebe Ottos, das sind keine Schrottos. Danke für eure Subs, dafür kauf ich mir Schnaps. Danke, liebe Ottos, eure Subs, das sind keine Schrottos. Die sind toll, 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 die sind toll. Wir sind heil, 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 die macht mir das Krokodil, heil, heil, heil. Wir sind heil, 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 die sind heil, 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 die macht mir das Krokodil, heil, heil, heil. Danke für eure Saps, dafür kaufe ich mir Schnaps. Danke, liebe Ottos, eure Saps, das sind keine Sprottos. Wow. Also auf dem Track bin ich krass eifersüchtig, allein aufgrund der Tatsache, wie er das jetzt im Stream ballern kann, das ist ja fantastisch. Erstens das und zweitens das so rauszuzimmern, auch die Gitarre da wegzunehmen und so, ey, extrem gut. Ja, Mann. Die Legende. Die Legende. He-Bag. Der Eine. He-Bag. Chili Man Featuring Jay. Eigentlich wirklich so ein richtiges, so ein richtiges Legendary Combo. Ja, Mann. Jetzt schon. Na, 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 na. Ich hab ein bisschen Angst davor. Ui, guck mal, ja, hallo. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist insane. Chilli, Mann. Bitte machen wir weiter. Nie aufhören damit. Dankeschön. Freunde, ihr auch. Immer weitermachen. Auf Videos klicken. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.